Im Actionfilm Plane muss Pilot Brody sein Flugzeug nach einem Blitzschlag auf einer Inselnot landen. Doch dort fängt der eigentliche Schrecken erst an. Hören Sie jetzt gut zu. Das ist ein Notfall. Ich bin Captain Brody Torrance. Wartet, wartet! Wir wissen nicht, wer die sind. Geht zurück! Niemand Geringeres als Gerard Butler schlüpft in Plane in die Rolle von Pilot Brody, der sich in eine actiongeladene Rettungsmission stürzt. Ich habe eine Tochter. Allein ihretwegen muss ich wieder nach Hause. Der Kerl gefällt mir.